Herr Müller ist Geschäftsführer eines internationalen Industrieunternehmens. Bei einer Portfolioanalyse stellt er fest, dass der einstige Topseller der Produktlinie 15% teurer ist als das Wettbewerbsprodukt. Herr Müller beauftragt den Produktverantwortlichen Herrn Schreiber, der Sache auf den Grund zu gehen. Er will schnellstmöglich einen Lösungsvorschlag. Zusammen mit dem Controller analysiert Herr Schreiber die Kostenverläufe und Prognosen der Produktkomponenten aus den letzten Jahren. Das ist gar nicht so einfach, denn die Informationen liegen in unterschiedlichen Dateiformaten und verschiedenen Sprachen vor. Herr Schreiber konsultiert den Vertrieb, um einen Überblick über den Angebotsprozess zu erhalten. Da jeder Vertriebler auf Basis anderer Daten kalkuliert, wird klar, dass die zugrunde liegende Kostenstruktur und dadurch die aufgerufenen Preise intransparent sind. Zusammen mit den Mitarbeitern im Einkauf versucht Herr Schreiber, die Kostenentwicklung der Zukaufteile zu verstehen. Da diese nicht selbst nachkalkuliert werden, können sie dabei nur auf die Informationen und Angebote der Zulieferer zurückgreifen. Zeitgleich versucht Herr Schreiber, mit der Entwicklungsabteilung alternative Produktvarianten durchzusprechen, zum Beispiel in Bezug auf Material oder Fertigungsverfahren. Für viele der Varianten stehen jedoch keine Informationen zu Maschinenkosten oder Fertigungszeiten zur Verfügung. Fehlende Daten und Intransparenz machen es Herrn Schreiber unmöglich, valide Einsparpotenziale auszuweisen. Hilfe muss her. Die Antwort ist die Enterprise Product Costing Software von Facton. Sie ermöglicht den Abteilungen, ihre Daten und Berechnungen in einem System zu pflegen. Damit sind alle kostenrelevanten Informationen standardisiert und zentral verfügbar. Auf Basis der einheitlichen Daten simuliert und analysiert das Team alternative Produktvarianten. Zusammen mit den systemintegrierten Benchmarkdaten ermitteln sie technische und betriebswirtschaftliche Einsparpotenziale. Herr Schreiber und das Team haben es geschafft. Dank Facton EPC können sie eine Kostensenkung um 20% ausweisen, die sogar über der angepeilten Zielmarge liegt. Werden auch Sie mit Facton EPC profitabler, flexibler und wettbewerbsfähiger. Das Team ist wichtig.